Ne, na du Rien schon wieder dran. Ich habe letztens schon wieder eine Wanderung gemacht. Eine mehrtägige Wanderung im Harz, die ging drei Tage lang. Und dieses Mal nicht allein, sondern mit meinem kleinen Bruder. Ja genau, ich habe einen 18-jährigen Halbbruder. Und mit ihm habe ich dann diese Wanderung gemacht. Und normalerweise mache ich immer ein Ankündigungsvideo, bevor ich eine Videoserie mache. Aber laut der letzten Umfrage haben die meisten dafür abgestimmt, kein Ankündigungsvideo zu machen, sondern direkt mit Tag 1 zu beginnen. Und das mache ich jetzt. Und bevor Tag 1 beginnt, wollte ich sagen, dass diese Videoserie aus drei Teilen besteht. Also pro Tag ein Teil. Also drei Tage sind wir ja gewandert im Harz. Und insgesamt, laut Komoot sind wir rund 38 Kilometer gelaufen im Harz. Allerdings bin ich von zu Hause aus bis zum Hauptbahnhof gelaufen. Und da könnte ich nochmal 4,5 Kilometer dazu rechnen. Plus, wo ich dann wieder zurückgefahren bin, bin ich am letzten Tag nochmal knapp 1 Kilometer von der Bushaltestelle bis nach Hause gelaufen. Naja, ich würde sagen, 5 Kilometer extra würde ich mal einfach dazu rechnen. Also sprich, 43 Kilometer war für mich dann die Tour lang gewesen. Und ich habe mir überlegt, diese Videoserie alle zwei Tage als Premiere auszustrahlen. Also sprich, dass übermorgen Tag 2 kommt und zwei Tage danach Tag 3. Okay, genau. So, jetzt Video Tag 1 Start kommt. Ne, Naturin schon wieder dran. Ich werde dieses Wochenende eine Harztour machen. Und es ist kurz nach 9 und ich habe noch etwas über eine halbe Stunde Zeit, bis ich dann los muss. Und hier, bevor mein Essen von gestern weggammelt, werde ich diesen erstmal jetzt für morgens früh zum Frühstück mit diesem Kaffee in dieser Tasse, wo Osterhasen dran sind, werde ich diesen verzehren. Das mache ich jetzt. So, ich habe gerade aufgefrühstückt. Und hier, ich werde diese Harztour nicht alleine machen, sondern mein kleiner Bruder kommt mit. Aber ich werde ihn im Video nicht mit einbringen, also beziehungsweise ihn nicht filmen, sondern nur mich filmen. Nur damit ihr Bescheid wisst, dass wir zu zweit sind, aber ich mich nur selbst filme. Weil ich werde ja immer größer, mein Kanal wird immer größer, ich werde immer öfter auf offener Straße erkannt. Und das muss da jetzt auch nicht unbedingt sein, dass mein Bruder dann auch noch irgendwann auf offener Straße die ganze Zeit erkannt wird. Und deswegen wollte ich in diesem Video ihn nicht mit einbringen und ihn außen vor lassen. Genau. Und hier kennt ihr diesen Schlafsack hier noch. Diesen Schlafsack habe ich ja zweimal. Das ist nur ein Sommerschlafsack. Der erste wurde mir von Mike W. zugesendet über die Amazon Wunschlistenbestellung, Mitbestellung. Und der zweite, also dieser hier, von Dennis B. über die Fanpostversendung. Genau. Und ich habe ja davon zwei Stück und ich brauche hier halt nur einen für die Sommerzeit. Und weil der hier noch über ist, werde ich diesen hier meinen kleinen Bruder schenken. Weil der hat ja noch keinen Schlafsack. Und deswegen werde ich ihm diesen hier schenken. So, die Zeit ist gekommen, wo ich jetzt diesen Wagen hier runterbringe und diesen Tracking-Rucksack, wo meine ganzen Sachen drin sind und so weiter. Den unten aufbaue und dann werde ich zu Fuß bis zum Hauptbahnhof hinlaufen. Genau. Und deswegen jetzt dorthin laufen Start kommt. So, jetzt zum Bahnhof hinlaufen Start kommt. Bis zum Bahnhof sind ungefähr 4,5, 5 Kilometer. Also sprich ungefähr eine Stunde laufen. Da bin ich da. Hier, guck mal. Guck mal da. Da vorne ist dieser ranzige Bauhaus, wo ich mir letztens diese Scharniere gekauft habe. Da laufe ich gerade dran vorbei. Genau, durch diesen Bauhaus laufe ich gerade vorbei. Hier, ich habe ungefähr die Hälfte gelaufen oder vielleicht so ein bisschen mehr wie die Hälfte, glaube ich. Bis zum Bahnhof, bis zum Bahnhof. So ungefähr. Und das da vorne ist auch eine Vollfettkreuzung. So, hier noch eine Haltestelle laufen und dann bin ich gleich bei diesem verschmierten Bahnhof angekommen. Also bei diesem Hauptbahnhof meine ich jetzt. So, ich bin jetzt hier bei diesem Bahnhofsgelände angekommen. Also Bahnhofsplatz. Also beziehungsweise da drüben, dieser Gebäude da da hinten. Das ist dieser verschmierte Bahnhof, von dem ich gerade erzählt habe. Und jetzt gleich aufs Bahnstrecke hinlaufen, nach oben laufen, dort meinen Bruder treffen und dann zum Harz hinfahren Start kommt. So, der Zug, der Zug vor meinem Bruder verspätet sich. Das heißt, dass ich hier auf diesem Bahnhofsvorplatz so ein bisschen abwarte. Und abwarten, bis der Zug kommt. Und dann fahren wir einen Zug später los. Ich glaube, ich mache folgendes. Weil das ja ungefähr über eine halbe Stunde dauert, bis der ankommt. Werde ich jetzt zu diesem nächsten verschmierten E-Center hinlaufen. Der ist da ganz hinten. Und werde da erstmal Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. So, hier. Da vorne ist dieser verschmierte E-Center. Jetzt werde ich da Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. So, ich war gerade bei diesem Edeka drin gewesen. Und ich habe mir drei Träger Bier gekauft. Eine Dose Ravioli. Dann noch so ein Fertiggericht. Hier. Zucker. Und noch eine zusätzliche Flasche Wasser. Jetzt Sachen einpacken. Und dann zum Bahnhof hinlaufen. So, ich bin auf diesem Bahnsteig. Und jetzt auf Bruder warten. Warten, bis der ankommt. Bruder gefunden. Jetzt auf den Zug warten. Und dort dann einsteigen. Wir mussten den Gleis wechseln. Und hier dieser Scheißzug ist angekommen. Jetzt in den Zug eindringen. Wir sind eingestiegen. Und jetzt bis nach Hannover hinfahren. Und dort umsteigen. Wir sind hier in Hannover angekommen. Und jetzt hier gleich umsteigen. So, weil hier diese Umsteigezeit länger dauert, sind wir erst mal draußen. Und erst mal diese dreckige, schmierige Maske abziehen. Guck mal, wie schmalzig und dreckig und widerlich mein Bart aussieht. Wegen dieser versüfften Maske. Das nervt mich. Aber jetzt gibt das Zeit zum ein Bier trinken. Und darauf jetzt erst mal erstes Bier trinken. So, Bier ist ausgetrunken. Jetzt diese versüffte Maske wieder anziehen. Und dann hier diesen Umsteigzug erwischen. Das nervt. So, jetzt hier im Zug einsteigen. Der ist angekommen. So, wir sind im Zug eingelaufen. Und wir fahren jetzt bis zum nächsten Umsteigsbahnhof. Ich glaube Kreisingen oder Grisingen oder wie das heißt. Aber ich vergesse den Tag. Aber irgendwie so ungefähr. Da steigen wir gleich auch um. Hey, guck mal. Da ganz hinten, da ist der erste Harzberglandschaft. Guck mal. Da drüben, da ist noch mehr Harzberglandschaft. Seht ihr das? Guck mal. Da vorne ist noch mehr Berglandschaft. Also Berglandschaft von Harz. Das ist da vorne. Finde ich gut. Und hier, Kreisenen oder wie das heißt. Genau, da müssen wir raus. So, jetzt hier umsteigen. Wir haben nur fünf Minuten Umsteigzeit. Das haben wir jetzt. Bis dahin, wo wir umsteigen müssen. Oh, scheiße. Der Umsteigzug ist gerade vor unseren Augen abgefahren. Das heißt, wir machen hier erstmal Bierpause. Also, heute sind diese, wie heißt es nochmal? Diese Fahrpläne und so weiter voll scheiße. Die Züge fahren irgendwie anders wie die Fahrpläne. Wenn die so fahren würden wie die Fahrpläne, dann hätten wir diesen Zug hier gut bekommen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, eineinhalb Stunden oder so warten. Oder eine Stunde, 20 Minuten. Bis der nächste Zug kommt. Und dann müssen wir schon wieder noch weitere Umwege machen. Mit ganz viel Umstieg und sowas. Und es dauert noch voll lange, bis wir dort, hier in Osterode, wollten wir dort ankommen. Genau, da wollten wir hin. Und von dort aus dann loslaufen. Naja, aber egal. Ich will erstmal ein Bier trinken. Dann werden wir sehr spät ankommen. Also, wenn es schon kurz vor dunkel ist, werden wir ankommen. Erstmal ein Käsebrot mit Salat drin. Und wir werden da jetzt einsteigen. Und wir werden da jetzt einsteigen. Genau, das machen wir jetzt. Guckt euch dem mal an, wie freundlich der hier angekommen ist. Wir sind eingestiegen. Hier, der verschimmelte, dreckige Scheißzug steht hier schon. Und wir müssen, wir werden jetzt hier einsteigen. So, hier, letzter Umstieg. Hier, dieser Ortschaft hier, Herzberg am Harz oder wie das heißt. Genau hier ist letzter Umstieg. Und jetzt zum nächsten Umstieg. Und jetzt zum nächsten Umstieg. Man ist eingestiegen. Und jetzt gleich bis Osterode hin. Und dort aussteigen. Und dann Wanderungsstart kommt. So, wir sind angekommen. Hier, in Osterode. Genau. Und jetzt kann ich endlich dieses Scheißding hier rausziehen. Und damit ihr hier meinen hässlichen Bart ansehen könnt, der die ganze Zeit so scheiße aussieht. Mit diesem verschmierten, dreckigen, hier, dieser Maskenschwachsinn. Deswegen sieht er so scheiße aus jetzt gerade. So richtig ekelhaft und verschmiert und so ungewaschen. So sieht das aus. So mit irgendwelchen Bakterienplack dran geschmiert. Genau wie die ganzen vielen Atmen und so weiter. Weil das so flüssig und nass ist und so feucht und so. So richtig ausflussmäßig. Aber jetzt sind wir endlich da. Und darauf kann man gleich erstmal ein Bier trinken. So, wir laufen jetzt durch Osterode oder wie das heißt durch. Ja genau, wir laufen durch Osterode direkt durch. Also durch diese Ortschaftsmitte. Da laufen wir gerade durch. Warte, guck mal. Mein Bruder hat Probleme mit seinem Wagen. Der geht hier die ganze Zeit kaputt und so weiter. Da bricht irgendwie zusammen, dass das hier wegknickt. Das ist voll scheiße. Prüfen, wie man das gleich reparieren tut. Ich repariere mal den Wagen von meinem Bruder. Mit so einer Kabelbinder. Da mache ich zwei Stück ran. Weil hier, das Ding ist hier, diese Stange hier ist schon wieder abgebrochen. Seht ihr das? Und weil diese Stange hier abgebrochen ist, knickt dieses Ding hier um. Und deswegen mache ich den mit dem Kabelbinder. Genau. Dann mache ich dann einfach hier drauf. Das habe ich jetzt hier an dieser Seite gemacht. Und an dieser Seite. Und jetzt dürfte das eigentlich funktionieren. Jetzt hält er. Hier, da oben, da steht irgendwas von dem Harzer Hexenstieg drauf. Sprich, wir sind hier angekommen. Beim Startpunkt vom Harzer Hexenstieg. Ihr wisst schon, dass ich mal diesen Harzer Hexenstieg gelaufen bin. Das war diese 10-Tages-Wanderung gewesen. Wovon halt die meisten Tage Harzer Hexenstieg waren. Und wir werden zwar, wir werden jetzt zwar nicht den Harzer Hexenstieg komplett durchlaufen. Aber irgendwie diese Richtung dahin erstmal. Und irgendwo dort pennen und so weiter. Wir wollen nur so eine Harztour machen. Aber nicht den kompletten Harzer Hexenstieg. Aber bestimmt irgendwann anders. Das auf jeden Fall hätte ich mal wieder Bock drauf, den Harzer Hexenstieg zu machen. Irgendwann eines Tages mal wieder. Und jetzt, weil wir hier beim Anfang sind von dem Harzer Hexenstieg. Muss man nach dorthin laufen. Genau. Und da, da geht das die ganze Zeit nach oben hoch. Das wird richtig steil und sowas. Richtig lang sein, dieser Weg, der nach oben geht. Ja. Hier, es schneit die ganze Zeit und so. Schnee. Währenddessen wir hier auf diesem Weg da hinten hochlaufen. Genau. Dieser ganze Schnee fliegt uns die ganze Zeit in die Fresse rein und sowas. So, weil langsam ein dunkler da ist, habe ich gerade mal eine Kopflampe angemacht. Äh, extra damit wir, damit ich uns den Weg beleuchten kann. Genau. Ja, deswegen habe ich diese Kopflampe an. Zum, äh, zum Gucken. Oh, scheiße. Dieser, dieser ganze Weg ist, äh, mittlerweile sowas von verschneit. Und das ist so ein richtiger Backschnee. Ähm. Und, äh, hier, das ist ganz schlecht für meine Reifen. Na, guck mal. Egal, wie stark ich die hier versuche, irgendwie sauber zu machen. Wenn ich, ähm, ein bisschen schieben tue, dann kommt der ganze Schnee wieder dran. Und, und dann stockt der Reifen. Das heißt, ich muss die ganze Zeit mit, ähm, mit Reifen, die sich kaum bewegen, äh, schieben. Und das ist ganz, das ist schwierig. So, äh, hier, guck mal. Wir haben hier eine Schutzhütte gefunden. Oder wie das heißt. Ähm, genau. Und, äh, hier. Ich denke, hier werden wir irgendwie pennen oder so. Hier in dieser komischen Schutzhütte, die hier so, äh, äh, steht. Hier, hier werden wir heute Nacht an Übernachtung starten. Das machen wir heute. So, wir werden jetzt Abendbrot machen. Und, ähm, ich bin als erstes dran. Und ich wollte heute dieses hier ausprobieren. Das ist, äh, Schweinegulasch oder was das ist. Also steht da drauf. Mit Nudeln drin. Ähm. Genau, das steht hier drauf. Äh, Schweinegulasch mit Nudeln. Und, ähm, Da steht irgendwas drauf von 20 Minuten im Wasser erhitzen. So ungefähr. Das dauert voll lange und so weiter. Und deswegen mache ich das jetzt. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie probiert so. Aber, aber wenn das hier eine voll cool Größe hatte, hatte ich gedacht, dass ich das mitnehme, um das hier zu probieren jetzt. Und deswegen werde ich jetzt, äh, Spiritus, hier rein kippen. Und jetzt anzünden. Jetzt Topf drauf machen. Und ein bisschen Wasser hier rein kippen. Jetzt das verschmierte, Fertiggericht aufmachen. Und das genauso hier rein kippen. In den Topf rein, rein stellen. So, es ist reingestellt. Und jetzt, äh, wie heißt das nochmal? Äh, 20 Minuten lang warten, bis das dann irgendwann fertig wird. Damit ich das dann irgendwann fräsen kann. Und damit das schneller kocht, äh, werde ich den hier hier rein stellen, äh, rauf machen. Den Deckel. So, das sieht gut aus. Ähm, sprich, ich kann das jetzt langsam fräsen, glaube ich. Also verspeisen. Ähm, und, äh, jetzt, werde ich diesen, diesen hier benutzen, das hier rauf stellen. Wasser drauf machen. Und den so zu kochen bringen. Und so ein schwarz Teebeutel rauf, äh, rauf machen. Damit wir, damit wir gleich, äh, hier, Tee trinken können. Äh, hier, äh, der Tee brennt. Der, also der hat gerade gebrannt. Also der hat gekocht. Ähm, den lasse ich dann noch weiter so ein bisschen so machen. Und damit, damit mehr schwarz kommt. Und wenn mehr schwarz kommt, dann, äh, da muss noch mehr Blasen kommen. Und dann, und dann ist Tee fertig. Aber in der Zwischenzeit, werde ich das ja jetzt, ähm, fressen. Ich muss sagen, das schmeckt wie ein Fertiggericht. Genauso schmeckt das. Guck mal, wie viel Blasen kommen. Und weil da so viele Blasen kommen und immer, immer mehr schwarz dran ist. Am Wasser. Ähm, ist, glaube ich, Tee fertig. zu wenig Wasser. Ich mach das doch mal. Ich wiederhole den Vorgang. Mit dem selben Teebeutel. Aber, aber solange, solange das noch nicht fertig ist, werden wir das hier jetzt saufen gehen. Diesen Tee. Guck mal, wie viel Temperatur wir jetzt gerade haben. Genau hier. In diesen Schuppen hier, wo wir heute drin schlafen werden. In offenen. Genau. Diese Temperatur haben wir heute. Und, ja genau, hier schlafen wir. Und, hier, guckt mal, wie immer hab ich meine Alljahreshose an. Und, ähm, dieses Mal mit, mit diesen Schuhen, wo ganz viel Kalt, äh, reinkommt. Die zwar ganz gut für, für die Sommerzeit geeignet ist, aber, für die Winterzeit, viel zu, äh, da kommt ganz viel kalte Luft, äh, zieht durch, 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 äh, äh, ganz viel kalte Luft, äh, zieht durch den Schuh durch. Das ist nur für Sommer geeignet. Aber ansonsten, ja, ja, perfekt. Sehr gut. Kann man hier schlafen. So, ich werde hier, auf diesen, äh, kalten Bohnen hier, äh, schlafen. Und, ähm, mein Bruder, der wird genau hier schlafen. Hier, hier, unter dem Tisch und so weiter, unter dieser Bank. Ähm, genau, da wird er heute schlafen. Und ich schlafe heute hier. Und, äh, guck mal. Guck mal hier. Hier ist mein Thermometer. Der zeigt diese Temperatur an. Hier, minus, äh, 3, minus 4 Grad sogar. Ja, minus 4 Grad stand da eben gerade drauf. Habt ihr das gesehen? Dieser Sprung zum minus 4 Grad. Höhöhöhöhö. Und hier, guck mal, ich musste gerade meinen Akku wechseln. Weil mein alter Akku, äh, der war viel zu gefrostet gewesen. Der hat nicht mehr funktioniert, um diese Kamera hier anzumachen. Das war voll scheiße gewesen. Deswegen musste ich den Akku wechseln. So, wir schlafen jetzt bei dieser, äh, Kälte ein. Äh, gute Nacht bis, äh, bis morgen, glaube ich. Genau, gute Nacht bis morgen. Die hier, die sind voll cool. Die kann man voll cool frressen. Ich wollte gerade, äh, Landschaft filmen und plötzlich kommt dieser Scheißhügel. Aber guck mal, da ganz hinten ist, äh, äh, Berglandschaft und sowas.